So weit wir nicht mehr die Jüngsten sind, haben wir auch ein paar Klassiker im Programm. Sven Helen, Hot Potteacher, vielen Spaß! Das ist der Sören Hühnemann am Schlagzeug. Heute mal als Indianer. Das ist der Ulf Ranschkowski, der schnellste Führer von Oldenburg. Zu meiner Rechten ist es Carsten Kruchmann. Das wollte ich auch noch gesagt haben. Kleiner Applaus für Carsten, der immer so ein bisschen hier... Ja, so. Da habe ich auch keine Angst. Bei Ulf habe ich immer ein bisschen Angst, dass da ein Geierhandel wiederkommt. Echt? Wuh! Ja, so. 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 Hier, das muss ich noch hau... Einmal herkommen bitte! ersten JahreIM HSE Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh my God!